Ja, Hallöchen! Heute ein Live zum Thema, fange endlich an zu leben. Du hast kein ewiges Leben, ist dir das bewusst? Ich habe manchmal das Gefühl, 90-95% der Menschen, denen ist das gar nicht bewusst, dass sie kein ewiges Leben haben, dass das Leben sehr, sehr wohl ein Ablaufdatum hat, dass das Leben irgendwann einfach vorbei ist. Und wie cool, wenn du sagen kannst, ja, ich habe mein Leben in die eigenen Hände genommen und mache eine Meisterleistung daraus. Das wünsche ich dir so sehr von Herzen. Lass uns jetzt in den nächsten 15, 20 Minuten darüber sprechen. Fange endlich an zu leben. Warum habe ich damals das Buch geschrieben? Das kann ich dir sehr, sehr gerne sagen. Weil ich der Mensch war, der alles andere getan hat, als endlich, endlich sein eigenes Leben zu lieben. Ich war immer am Jammern, ich war immer am Klagen, ich war immer in der Wartehaltung, dass es irgendwann besser werden wird, dass die Dinge von alleine passieren. Und gar nichts ist passiert, im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, das war immer schlimmer, 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 schlimmer. Und irgendwann hatte ich einfach so die Faxen dicke, kennst du das? Wir lernen über zwei Arten. Wir lernen einmal über Schmerz und über Freude. Und mein Schmerz wurde so, so, so unendlich riesig. Ich habe gesehen, die anderen haben keine Autos, ich habe kein geiles Auto, die anderen haben geile Urlaube gemacht, ich hatte keinen geilen Urlaub. Die anderen hatten ein geiles Leben, die anderen hatten viel Geld und ich hatte das alles nicht. Und dann habe ich einfach eine Entscheidung getroffen und das ist doch letzten Endes genau der Punkt. Eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, das hier ist meine alte Welt, davon verabschiede ich mich und ich gehe jetzt in meine neue Welt hinein. Was braucht es dazu? Ja, es braucht Mut dazu, es braucht ein klares Commitment dazu. Und ich habe dann von lauter Verzweiflung, weil ich es einfach nicht richtig hingebracht habe, habe ich mir dann Hilfe geholt. Auch das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hol dir Hilfe, hol dir einen Coach, hol dir jemand, der schon dort ist, wo du gerne hin möchtest, jemand, der dich an die Hand nimmt. Und dann habe ich das Buch hier geschrieben. Fange endlich an zu lieben und bitte bleibe dran bis zum Schluss. Es gibt da noch ein Geschenk. Fang endlich an zu lieben, du hast kein ewiges Leben. Das ist für mich eine ganz, 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 ganz wichtige Botschaft. Ich spreche auch sehr, sehr viel mit älteren Menschen und da erlebe ich immer wieder das älteren Menschen auf meine Frage. Und was hatten sie für ein Leben? War ihr Leben cool? War ihr Leben geil? Weil und so, dass viele sagen, ja, ich habe mir alles ganz anders vorgestellt und hätte ich doch damals nur. Hätte ich doch damals nur. Und ja, das nützt aber nichts mehr. Hätte ich doch damals nur. Aber das ist Vergangenheit. Das liegt da einfach hinter uns. Da kommen wir nicht mehr hin. Das ist aus und vorbei. Ist aus und vorbei für alle ewigen Zeiten. Darum triff du jetzt deine Entscheidung. Triff du jetzt deine Entscheidung für dein Leben. Für dein wunderschönes, tolles Leben, ja. Das Leben ist einfach sensationell. Das Leben ist wunderschön. Aber das Leben kann einfach nur das sein, was du daraus machst. Darüber sollten wir uns einfach im Klaren sein. Und es geht endlich darum, hier, nimm endlich dein Leben in deine eigenen Hände und mach eine Meisterleistung daraus. Du musst dein Leben in deine Hände nehmen. Das ist so enorm wichtig. Gib dein Leben nicht mehr ab. Weder dem Vaterstaat, noch dem Ehepartner, noch den Eltern, noch den Kindern, noch whatever, ja. Viele Leute haben einfach ihr Leben abgegeben. Und das ist einfach schade. Du darfst dein Leben nicht abnehmen. Du musst dein Leben in die eigenen Hände nehmen. Und hier im Buch gehen wir alles, alles, alles durch. Also ich habe alles, alles beschrieben. Dann wach endlich auf, übernimm Verantwortung für dein Leben. Wer anderen die Schuld gibt, gibt ihnen die Macht über sein Leben. Das ist also mit das Dümmste, was du machen kannst. Dann jedes Alter hat seine Zeitqualität. Wann wirst du es endlich anfangen? Dann hör endlich auf mit deinen Opferstories. Also immer irgendwelche Opferstories zu erzählen. Dann die beliebten Alibi-Geschichten. Auch darüber sprechen wir Angst. Der größte Bremsklotz. Wie denkst du, positiv oder negativ? Wann änderst du es endlich? Benötigst du Kränkungen von anderen Menschen? Oder wie gehst du damit um? Was mich kränkt, macht mich krank? Was will ich nie mehr? Auch dieser Frage gehen wir im Buch nach. Hör endlich auf zu träumen. Du sollst nicht mehr träumen, sondern du sollst deine Träume lieben. Viele träumen ihr Leben. Das ist doch das Dümmste, was du machen kannst. Also, liebe deine Träume. Träume sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in uns stecken. Wie geil ist denn das? Wach endlich auf, nächstes Kapitel. Neue Wege beschreiten. Da ermutige ich dich. Beschreite bitte einfach neue Wege. Alte Muster abwerfen. Ja, wirf alte Muster ab. Was vorbei ist, ist vorbei. Was hast du für Glaubenssätze? Weil die Glaubenssätze haben eine unglaublich große Energie. Was willst du wirklich? Dann Operationsfeld Liebe. Auch das ist etwas ganz Spannendes. Unsere Beeinflusser. Wer beeinflusst dich permanent? Und ja, zum Glück bist du unzufrieden. Was will ich? Habe ganz, ganz viel Mut. Führe keine Grundsatzdiskussionen mehr. Auch das ist so ein ganz wichtiges Thema. Dann schauen wir mal nach hinten. Ich habe es nach vorne gemacht. Freiheit ist das Allergrößte im menschlichen Leben. Absolut frei zu sein. Endlich das Leben zu führen, was du schon immer führen wolltest. Nein. Eines der wichtigsten Wörter. Sag einfach auch nein. Veränderung ist manchmal einfach schmerzhaft. Wir haben manchmal Angst vor Veränderung. Wir fürchten uns davor. Aber was viel, viel schlimmer ist, alles so weiterlaufen zu lassen. Komm endlich raus aus deiner Komfortzone. Ein weiteres Kapitel. Wenn du in deiner Komfortzone bleibst, wird sich gar nichts tun. Was macht dir unendlich viel Spaß? Was macht dir viel, viel Spaß? Lebe dein Leben voller Spaß, voller Lebensfreude. Was bringt dich in Flow? Weißt du, Flow, die Leichtigkeit des Seins. Was bringt dich in die Leichtigkeit des Seins? Das ist wunderschön. Lebe endlich in der Gegenwart. Lebe in hier und jetzt. Viele leben in der Vergangenheit. Also hinten dran, was vergangen ist. Und viele leben in der Zukunft. Was vor uns ist, aber die wenigsten leben in der Gegenwart. Das Leben ist keine Generalprobe. Auch darüber sollten wir uns im Schlamm sein. Das Leben ist keine Generalprobe. Also du kannst es nicht proben, um nachher ein gutes Leben zu führen, sondern das Leben ist immer Uraufführung. Das heißt, wir sind mitten im Leben. Geistige Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Ich habe mir im Geiste vorgestellt, hier das Buch zu schreiben. Und die geistige Vorstellungskraft hat Wirklichkeit geschaffen. Natürlich habe ich da noch was dazu bei getragen. Ja, ich habe natürlich noch geschrieben. Dann sprechen wir über die Erfolgsformel für dein Erfolg. Auch das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir Z. Z steht für Ziele. Was hast du für Ziele? Was hast du für Ziele? Sind diese Ziele klar, konkret? Das war O, missverständlich. Dann P steht für Planung. Was planst du genau? Und hör auf, ewig lange zu planen. Ich erlebe so viele Menschen, die sagen, mir fehlt das, mir fehlt dies, mir fehlt jenes. Weißt du, dir wird dein Leben lang immer irgendwas fehlen. Wichtig ist einfach mal anzufangen. Wichtig ist einfach mal loszulegen. T steht für Tun, 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 Tag und Nacht. Oder von hinten nach vorne gelesen, T-U-M, nicht unnötig trödeln. Kennst du das nicht, unnötig trödeln? Die meisten Leute trödeln ohne Ende. Das ist einfach dumm. Du sollst nicht trödeln. In keinster Art und Weise. K steht für Kontrolle. Das ist so ein wichtiger Punkt. Die meisten Menschen kontrollieren mich. Wenn du nicht kontrollierst, dann hast du echt ein riesen, riesen Thema. Du musst kontrollieren, Mut oder Armut. Wenn du arm an Mut bist, ich liebe die deutsche Sprache, auch wenn es für mich eine Fremdsprache ist. Meine Muttersprache ist retoromanisch. Arm an Mut, wo landest du? Wenn du arm an Mut bist, du landest in der Armut. Du brauchst einfach wesentlich mehr Mut. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann hol dir einfach Hilfe. Hol dir einen Coach. Hol dir das Buch hier. Komm auf Seminare. Mach einfach was, damit du mutiger wieder wirst. Weil wir wurden leider oft so erzogen, unmutig zu sein. Man hat uns gedroht, das Schulsystem mit den Schulnoten. Es wurde immer auf den Fehlern rumgeritten. Das ist so schade. Schade, schade, schade. Und ich erlebe das ja. Ich bin ja in der Erwachsenenbildung. Zu mir kommen ganz, ganz viele Menschen, die ein neues Leben haben möchten. Die Mutiger sein wollen. Die einfach die nötige Kraft brauchen. Die den Glauben wieder an sich haben. Und das geht es einfach. Du brauchst einen unendlich starken Glauben, damit es vorangeht in deinem Leben. Damit du in eine andere Dimension hineinkommst. Also bitte, sei einfach mutig. Dann, hier steht noch die 48-Stunden-Regel. Das hat sich mittlerweile verändert. Es gibt hier die Null-Stunden-Regel. Bei der nächsten Buchauflage werde ich das ändern. Also du kennst bestimmt die 72-Stunden-Regel. Was man nicht innerhalb von 72 Stunden anfängt, das wird einfach nichts. Ich habe das jetzt reduziert auf die Null-Stunden-Regel. Wenn du jetzt, genau jetzt, wo du mir hier zuschaust, du irgendeinen Gedanken hast, irgendwas, was dich anmacht, wo du sagst, ja geil, das würde ich jetzt gerne machen, dann fang an. Leg los, ja. Ich habe meist überlegt, was kann ich für euch Gutes tun? Was kann ich für Botschaften in die Welt hinaustragen? Ich habe die 5-Minuten-Clips. Ich mache ja ganz, ganz viel. Und dann mal ganz klar, komm, nimm jeden Tag eines deiner coolen Bücher, die du geschrieben hast und mach darüber ein Live. Berichte einfach darüber. Nimm die Leute mit auf Reisen, weil ich bin mir sicher, das eine oder andere wird dich ansprechen, wo du sagst, wow, cool. Und dann triff gleich die Entscheidung. Leg gleich los und bleib bitte, bitte, bitte bis zum Schluss dran, weil dort gibt es noch ein schönes Geschenk. Was ist deine Motivation? Was motiviert dich, jeden Tag aufzustehen? Was hat dich motiviert, heute Morgen aufzustehen? Was? Warum schließt du jeden Tag auf? Warum machst du das, was du tust? Dann nächstes Kapitel. Bringe immer höchstes Engagement. Ja, bring immer höchstes Engagement. Höchstleistung ist das A und O. Das ist doch das Mindeste. Weißt du, wenn wir schon an den Start gehen, dann machen wir Höchstleistung. Ansonsten lassen wir es doch ganz einfach. Weil wenn wir keine Höchstleistung bringen, ja, was machen wir denn sonst? Sind wir lauwarm unterwegs? Ja, keine 100%, keine plus 10% Extra-Leistung. Kein Herzblut. Also ich finde das unendlich schade. Gehen wir die berühmte Extra-Miner. Nächstes Kapitel. Ich möchte auch einmal Glück haben. Wie oft höre ich das? Ich möchte auch einmal Glück haben. Ja, Entschuldigung, das Glück hängt doch nicht von außen ab. Das Glück liegt in dir drin. Das Glück hat etwas mit deinem Mindset zu tun. Das Glück hat etwas mit deiner Entscheidung zu tun. Wichtig ist hier an dieser Stelle, du darfst und du musst dein Mindset verändern. Es gibt ein Mindset-Bootcamp. Lebensveränderung, das findet immer in St. Moritz statt. Da wirst du herzlichst eingeladen. Ja, komm vorbei. Nutz diese geile Möglichkeit. Und dann kommst du total in die Veränderung rein. Weil wenn du dein Mindset nicht veränderst, wird alles bleiben, wie es ist. Und dann wirst du wieder jammern. Und ja, ich möchte auch mal Glück haben. Ja, ich möchte auch mal, auch mal. Das heißt denn das, ich möchte nicht auch mal Glück haben, sondern ich will permanent Glück haben. Das ist der Unterschied. Nächstes Kapitel. Ihre Zukunft ist mehr als grandios, sofern sie es zulassen. Damals habe ich das Buch, das war übrigens mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Guck mal, da war ich noch total jung. Ja, überhaupt nicht grau, schlank und rank. Wahnsinn, oder? Hammer. So, das war mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Wir fangen ja endlich an zu reden. Das ist jetzt ungefähr 20, 25 Jahre her. Damals waren wir ja noch passiert. Da war ja nur verpönt. Also, deine Zukunft ist mehr als grandios, sofern du es zulässt. Aber du musst deine Zukunft zulassen. Du musst bereit sein, den neuen Weg zu gehen. Born to be free. Geboren, um frei zu sein. Auch das ist ein wunderbarer Seminar. Das findet auch in St. Moritz statt. Da zeige ich dir zwei Tage lang, wie schaffst du es endlich, endlich frei zu sein. Wie schaffst du es endlich, dein Leben zu leben. Und für alle, die jetzt Angst haben, wir haben ja wieder das Gespenst, was umgeht von Lockdown. Also, melde dich an. Und wenn es nicht klappt, ist das kein Problem. Dann werden wir es einfach verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt machen. Oder wir machen es online. Dann habe endlich Vertrauen zu dir selbst. Das ist so wichtig. Trau dir doch selber. So viele Leute trauen sich nicht. So viele Leute haben einfach Angst. Und Angst ist der grösste Bremsklotz. Also, im Wort Vertrauen heisst sich trauen. Und wenn du dir vertraust, trauen dir auch andere Leute. Und das ist ganz, ganz wichtig. In der Hoffnung zu leben, ist gefährlich. So viele Menschen leben permanent in der Hoffnung. Sie leben in der Hoffnung bis zum Tode, hoffen, reich zu werden, hoffen, eine gute Partnerschaft zu finden, hoffen, glücklich zu sein, hoffen, viel Geld zu haben und, und, und. Raus aus der Hoffnung. Es gibt die berühmte Hoffnungsfalle. Und Hoffnungsfalle, dann kommst du gleich in die Enttäuschung rein. Und du solltest nie, nie mehr dich selber enttäuschen. Nächstes Kapitel. Erwartungshaltung ist zerstörend und enttäuschend. Wenn du eine Erwartungshaltung hast, dann hast du eine Haltung. Und im Wort Haltung ist das Halten enthalten. Das heisst, da tut sich einfach nichts. Und nachher bist du enttäuscht. Du bist enttäuscht. Sag, was du willst, damit du das bekommst, was du willst. Das ist auch eines meiner Bücher. Wenn du nichts sagst, was du willst, wirst du nie, nie was bekommen. Es geht einfach nicht voran in deinem Leben. Und du solltest dich einfach nie mehr selber täuschen. Es ist doch ein trauriges Kapitel, wenn du dich selber täuschen tust. Warum machen wir das überhaupt? Das sollten wir gänzlich canceln. Überschätzen Sie nicht, was Sie in kurzer Zeit erreichen können. Ich erlebe immer wieder, die Leute sind der Meinung, ja, jetzt fange ich an und jetzt geht die Post ab und jetzt werde ich reich und jetzt bin ich super und jetzt wird alles gut. Nein, es braucht alles seine Zeit. Denk doch mal dran. Als deine Mutter mit dir schwanger war, dann hat es doch viele, viele, viele Monate geraubt, bis du dann endlich auf die Welt kamst. Und wenn heute ein Bauer sehen geht, der kann auch nicht am nächsten Tag gleich ernten gehen. Auch das braucht seine Zeit. Alles braucht seine Zeit. Und die meisten Menschen überschätzen. Ich kenne so viele Leute, die fangen mit etwas an und sagen, wow, geil, ich habe jetzt richtig Erfolg und jetzt geht die Post ab. Und da geht am Anfang gar nichts ab und dann hören viele wieder auf. Never, never, never give up. Gib nie, nie, niemals auf. Nächstes Kapitel. In der permanenten Wiederholung liegt die Kraft. Wiederhole die Dinge immer und immer und immer und immer wieder. Denk doch dran, dass du laufen gelernt hast. Wie oft hast du das wiederholt? Wie oft bist du hingeflogen? Bist du liegen geblieben? Nein, das hast du gemacht. Du bist aufgestanden. Du hast weiter, 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 weiter gemacht. Eine traumhafte Hilfe sind auch eigene Collagen. Das ist etwas Wunderwunderschönes. Hier gibt es auch die Form von Collagen, wie man das auch animierte Collagen machen kann. Auch darüber schreibe ich hier im Buch. Und du findest auch auf der Seite www.kramery.de-seminare findest du auch die ganzen Links dazu. Auch zu den Seminaren. Und dann nächstes Kapitel. Lass dich coachen. Lass dir einfach helfen. Du schaffst es nicht alleine. Es ist ein ganz, ganz großer Trugschluss zu sagen, ich schaffe das schon. Ja, wenn ich dann soweit bin. Weißt du, wenn du es schaffen würdest, dann hättest du es doch schon geschafft. Und mach dir hier bitte einfach nichts mehr vor. Du hättest es schon geschafft. Okay, sei dir darüber einfach im Klaren. Und weil du es noch nicht geschafft hast, weil du noch nicht da bist, wo du gerne hin möchtest, es zeigt einfach auf, du weißt nicht, wie es geht. Also lass dir da bitte einfach helfen. Was stärkt und was hindert dich in deinem Leben? Auch der Sache gehen wir nach. Es gibt Dinge, die geben dir unendlich viel Energie, aber es gibt Dinge, die schwächen dich. Und darum haben wir den einfachen Parameter. Was gibt mir Energie? Das mache ich. Was kostet mir Energie? Das cancel ich. Dann deine Lebenszeitkalkulation. Auch das ist ganz, 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 ganz cool. Da habe ich mal ausgerechnet, wenn du heute 40 Jahre alt bist, dann hast du, wenn alles gut geht, mal 40 Jahre zu leben. Hier, das sind 14.600 Tage. Das ist nicht mehr so viel. Und dieser Lebenszeitkalkulator hilft dir ganz einfach, wirklich, wirklich richtig, richtig hinzuschauen. Also wenn du heute 40 Jahre alt bist und du 80 Jahre alt wirst, dann sind das noch 350.000 Stunden. Das sollte dir einfach, das sollte dir einfach mal so richtig, richtig bewusst sein. 350.000 Stunden, das ist nicht mehr so viel. Oder hier, guck mal, hier, wenn du 40 Jahre alt bist und du 80 wirst, hast du noch 480 Monate, 2.080 Wochen. Und was ich halt ganz, ganz erschreckend finde, sind 14.600 Tage. Ich frage dich, wie schnell sind die Tage vorbei? Wie schnell war dieses Jahr wieder vorbei? Jetzt haben wir schon fast wieder Weihnachten. Ist das nicht Wahnsinn? Unglaublich, oder? Und wenn du jetzt auf der Jagd bist nach Weihnachtsgeschenken, ja, dann schenk doch mal Bücher. Schenk doch einfach mal Bücher. Ich bin ganz, ganz sicher, du kennst ganz, ganz viele Menschen, die noch nicht richtig ihr Leben leben, die nicht richtig glücklich sind. Schenke so ein Buch. Du bekommst dazu noch eine persönliche Widmung. Wenn du es bestellst, schreib einfach dazu, für wen das das Buch ist. Und da mache ich das sehr, sehr gerne. Geizfristhirn. Auch das ist schon ein wichtiges Kapitel. Geizfristhirn. So viele Menschen sind einfach geizig. Es geht um die Investition in sich selber. Das ist die wichtigste, größte Investition, die du überhaupt noch tätigen kannst. Fang an in dich zu investieren, ja. Ich habe gestern Abend einen Bericht gelesen von Warren Buffett, der sagt, es gibt vier wichtige Erfolgsregeln. Und die vierte Erfolgsregel ist, investiere in dich selber, egal was kommt, egal was für Krisen wir haben. Wenn wir wissen, wie das Leben funktioniert, kann uns eine Krise nichts anmachen. Das Buch ist übrigens auch für dich geschrieben. Ich bin mir sicher, auch du kannst noch nicht in anderen Bereichen sagen, ja, ich liebe absolut mein Leben. Wir alle haben Baustellen. Auch ich habe das Buch geschrieben und ich habe immer wieder Baustellen oder sogenannte Schatten. Ja, Schatten, wie wir es auch nennen. Ja, und da heißt es einfach, schau genau hin, schau, wie kannst du diese Schatten auflösen. Du bist das Problem. Ist das nicht cool? Du bist das Problem, ja. Und wenn ich das den Leuten sage, du bist das Problem. Nicht die anderen sind das Problem. Du bist das Problem. Das sind viele ganz, ganz geschockt. Die gucken mich an und sagen, warum? Ich bin doch nicht das Problem. Ich habe doch nichts getan. Doch, du lebst nicht dein Leben. Du hast dein Leben nicht im Kräft. Du machst keine Meisterleistung aus deinem Leben. Du bist das Problem. Denke einfach mal darüber nach. Such nicht im Außen, sondern such bei dir. Sag nicht, wer sich alles ändern muss, sondern ändere du dich. Da hast du viel, viel mehr Energie. Dann Pflichtprogramm und Kür. Ja, es gibt ein Pflichtprogramm. Das sind Dinge, die müssen wir tun. Das ist wie beim Eiskonslauf. Das ist das Pflichtprogramm. Und dann gibt es die Kür. Das ist die Dinge, die du dann machen kannst. Pflichtprogramm. Ich wollte ein Buch haben, also musste ich das Buch schreiben. Das war Pflicht. Das, was ich jetzt mache, heute ein Live, um mit dir über mein Buch zu reden und dir zu sagen, wie cool es ist, sowas als Weihnachtsgeschenk zu haben. Das ist doch phänomenal, oder? Das ist die Gür. Das ist eine andere Welt. Dann Durchhaltevermögen. Du musst da durchgehen. Du musst es aushalten. Dann kommst du erst zu Vermögen. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Die meisten Leute haben leider überhaupt kein Durchhaltevermögen. Dann gib nie, 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 niemals auf. Das ist so ein wichtiges Thema. Die meisten Leute geben ihm viel, viel zu schnell auf. Wer aufgibt, hat verloren. Du sollst nicht aufgeben. Und hier hat mir Folgendes geholfen. Wenn ich wirklich manchmal so am Limit war, ja, komm noch einen einzigen Tag, Ernst. Komm noch einen einzigen Tag, ja. Und das hat mir einfach geholfen. Immer noch einen einzigen Tag und noch einen einzigen Tag und noch einen einzigen Tag und noch einen einzigen Tag. Ja, das war jetzt im Schnelldurchgang zum Thema fange endlich an zu leben. Jetzt kommen wir gleich in die Zielgerade. Dann bekommst du noch dein Geschenk. Fang endlich an zu leben. Das ist so das Elementarste, was du machen kannst in deinem Leben. Ja, es geht nicht darum, dass du das Leben deiner Eltern lebst. Die Eltern haben ja manchmal massiv Einfluss auf die Kinder, auch Mütter ganz, ganz massiv. Nabel dich endlich ab, wenn du volljährig bist. Fang endlich an, dein Leben zu leben. Oder umgekehrt ist es genauso. Kinder wirken sehr, sehr stark auf die Eltern. Sagen den Eltern dann irgendwann, was sie zu tun und zu lassen haben. Bitte, komm, das brauchst du einfach nicht. Partnerschaften, Partner manipulieren sich gegenseitig. Und dann oft auch unter dem Motto, ja, ich meine es doch immer gut mit dir. Ich meine es doch immer gut mit dir. Ja, da werde ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Ich meine es nur gut mit dir. Ja, dann zum Buch. Vielleicht möchtest du auch mal endlich ein Buch schreiben. Vielleicht bist du auch so weit, wo du sagst, boah, ich träume von einem eigenen Buch. Jetzt hast du die Möglichkeit, Ende November 2021, dann erst wieder in einem Jahr, findet das Buchseminar statt. Wenn du dabei sein möchtest, dann schick eine E-Mail an team.cramery.de. Dann kriegst du einen Bewerbungslink. Ansonsten, hier, hol dir das Buch. Wenn du zwei Bücher holst, bekommst du das dritte geschenkt. Ja, und das ist limitiert, das Angebot, bis 20. Dezember. Ja, also, du holst drei Bücher und bezahlst zwei, oder du kaufst zwei Bücher, Mama, so, du kaufst zwei Bücher im krameryshop.com und dann bekommst du das dritte automatisch dazu. Jetzt sagst du, mein Gott, was soll ich mit drei Büchern anfangen? Das kann ich dir gerne sagen. Das erste Buch nimmst du für dich. Arbeite du es durch und zwei Bücher hast du, um ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk zu machen. Nutze die Chance im Shop. Zwei Bücher holen und ein Buch gibt es kostenlos dazu. Ich freue mich sehr, sehr. Danke, 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 dass du dabei warst. Danke, dass du hier zugeschaut hast. Danke, dass du es in die Welt hinausträgst. Es gibt nichts Wichtigeres, Schöneres, als sinnvolle Geschenke zu machen. Und schau auch unter kramery.de-seminare nach. Dort haben wir auch wunderschöne Seminare, wo du eingeladen bist. Ab und an, so einmal pro Jahr, gibt es auch das Seminar Fange endlich an zu leben. Du hast kein ewiges Leben. Auf was willst du warten? Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe und gute und ich wünsche dir, dass du ein super geiles Leben hast. Ich wünsche dir, dass du ein erfülltes Leben hast, dass du wirklich sagen kannst, ich habe das geilste Leben aller Zeiten gelebt, wenn du eines Tages auf dem Sterbe beteiligst. In diesem Sinne, alles Liebe und gute, schön, dass es dich gibt. Vielen, vielen Dank auch, dass du hier dieses Live teilst, dass du ganz, ganz vielen Menschen die Chance gibst. Und denk dran, es gibt dein Leben vor dem Tod, hol jetzt zwei Bücher, zweimal fang endlich an zu leben und du bekommst das dritte Buch geschenkt. Ciao, alles Liebe, bye bye.